auf geht's lalalala und endlich so ein schönes wetter da kann man sich wir könnten uns auch hier erst mal am wasser ein bisschen sonnen bevor wir los genau so eine badematte ausrollen wir machen wir lösen diese hinweise nicht sondern legen einfach unser badetuch drüber und sagen dass uns das genau wenn der zombie sich püppt so wenn der zombie dreimal klingelt nicht geht auch Hunde sehr gut da ist aber noch einer blau kommt er das müsste es gewesen sein alter wieder ausblutet ich glaube ein bisschen ja auch noch ja und ich höre auch schon wieder umgeballer holst du den rechts dann gehe ich mal hier runter und hol den anderen manchmal verträgt die mutter aber viele drei schuss habe ich gebraucht einer zum messern wenn ein charakter stufe 40 hat dann kannst du messer die kugeln abwehren dann kriegst du so schönes vielleicht ist das licht schwer ah genau munition super und ich glaube das war es oder ich denke es war cool dass die an ihrer arroganz so ein bisschen sterben weil sie halt die ganze zeit der meinung sind sie müsste rum heulen ja voll dämlich auch gibt es doch nicht alter ich schieße da viermal auf die die rübe und trifft den nicht ja den habe ich jetzt alter aber es kann auch sein dass diese waffen echt verziehen ja diese reflexe wenn die sich vom kopf her bewegen ist das habe ich irgendwie noch nicht so richtig drauf das war wieder sehr nah ich gucke mal ich habe ein fernen glas alter da kannst du aber wirklich mega weit mit gucken ja das ist gar nicht so verkehrt ich habe gedacht das zeug ist nutzlos habe ich auch gedacht aber na gut wenn es möglich ist es natürlich blöd ja aber ich sehe auch nichts na gut dann würde ich sagen geht es weiter oh nein hier ist so ein komischer teufel oh scheiße er hat es mir richtig besucht es übel ist ja die verschwinden nur und kommen dann wieder ja die säcke ich muss mich gleich mal verbinden wir kommen näher zu den schüssen bestimmt hier irgendwie ich mache mal eine dynamik stange klar jetzt kommen aber ich glaube gleich müssen wir uns aber irgendwie verpissen die sind ja ziemlich nah dran ja sondern munition das hole ich mir noch und müssen auch in die richtung und da kommen die schüsse oder kann das sein kann sein ja ja vorne rechts irgendwie auf mich wurde geschossen hinter mir genau hinter mir meine güte aber alter der hat mir mal sowas von versammelt ich weiß halt nicht also direkt hinter dir genau mich genau von hinten erschossen das ist in diesem bischen scheiße ja ja hier unten ist aber auch blöd rumzulaufen wo kann ich dich denn gut sehen da alter siehst du das ist das was ich meine ja das gibt es doch nicht das ist nicht normal du hast ihn so geil getroffen und der trifft einmal und ballert dich weg ja ich 터� Vielen Dank.